Willkommen zu einem weiteren Cubase Praxistipp. Mein Name ist Holger Steinbrink vom Steinbeck Training Center Audio Workshop und in den nächsten Minuten schauen wir uns das folgende an. Heute habe ich mal was ganz besonderes mitgebracht. Wir wollen heute mal eine Funktion nutzen, die wahrscheinlich die meisten noch niemals angefasst haben, weil sie auf den ersten Blick sehr komplex erscheint. Aber man kann damit sehr schöne Aufgaben innerhalb von Cubase lösen. Und die Aufgabe, die ich hier mitgebracht habe, ich habe hier so einen kleinen Song. Die Spuren sind hier einfach unterschiedlich gefärbt und das ist kreuz und quer. Hier sind irgendwie Synthsounds drin, Drums und alles. Und ich möchte das gerne ein bisschen ordnen. Und ich weiß, das Einzige, was ich immer richtig gemacht habe, ich habe alle Spuren, wo irgendwie Drums drin vorkommen, die habe ich Drums genannt. Und ich möchte das gerne ein bisschen konsolidieren. Jetzt kann ich natürlich jede einzelne Spur durchgehen. Und bei dem Projekt hier geht es sogar noch. Da sind gerade mal 20 Spuren. Aber wenn man jetzt so ein Projekt mit 50, 60, 70 Spuren hat, wird das schon schwieriger. Und hier hilft einem der projektbezogene Logical Editor weiter. Den finden wir im Menü Bearbeiten. Und da steht er hier. Projektbezogener Logical Editor. Aber wie soll uns der helfen? Wer im MIDI-Bereich schon mal mit dem normalen Logical Editor gearbeitet hat, dem wird das ja alles nicht fremd sein. Man kann hier wirklich ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben lösen. Und meine Aufgabe soll einfach sein an der Stelle, bitte, ich möchte gerne alle Spuren, die Drums beinhalten, die möchte ich gerne einheitlich färben. Zum Beispiel in Gelb. Das mache ich immer. Und möchte das dann gerne in eine Ordnerspur verschieben. Ja, wenn ich das von Hand mache, dann bin ich wirklich lange unterwegs. Aber der projektbezogene Logical Editor sollte mir hier vielleicht etwas weiterhelfen. Und zwar muss ich hier oben im oberen Bereich erstmal definieren, was ich überhaupt haben will. Dazu gibt es hier so ein Pluszeichen. Da klicke ich drauf und dann kann ich hier eine Zeile hinzufügen, die ich editieren kann, indem ich hier einfach drauf drücke. Und zwar das Erste ist, ich möchte gerne den Container-Typen wählen. Container-Typen sind im Prinzip zum Beispiel Spuren. Container-Typ ist gleich Spur. Das bedeutet, das, was ich hier jetzt mache, soll alle Spuren betreffen. Aber Achtung, nicht alle Spuren, sondern nur die Spuren, wo auch Drums drin sind. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, ich benenne die alle. Überall, wo Drums drin sind, ob das Hi-Hats sind, da schreibe ich zumindest Drum in die Spur rein, damit ich Bescheid weiß. Also wähle ich gleich eine zweite Bedingung hier für diese Spur. Und zwar, ich möchte gerne, dass der Name, Achtung, enthält, nicht gleich ist. Und hier gebe ich einfach mal ein Drum. So, was soll jetzt passieren? Also alle Spuren, die den Namen Drum enthalten, die sollen von mir bearbeitet werden. Wie sollen die von mir bearbeitet werden? Die sollen hier, ganz wichtig, Funktion transformiert werden. Und zwar sollen gefärbt werden. Klicke ich auch mal auf Plus hier unten. Gehe mal in die Liste rein, gucke mal, was ich hier finde. Aha, Farbe einstellen. Und zwar auf einen festen Wert einstellen. Und jetzt ist die Frage, hier kann ich leider keine Farbe aussuchen, also meine Farbliste. Ich muss also mal ganz kurz in meine Farbliste gehen und muss hier gucken, okay, ich möchte gerne Color Nummer 4 haben, also gelb. Also schreibe ich hier unten einfach mal Color 4 rein. Genauso wie das oben steht. Hat man sich hier im Farbmenü eigene Bezeichnungen gegeben, muss man die natürlich hier reinschreiben. So, und jetzt ist Transformieren angewählt. Und jetzt gehe ich mal auf Übernehmen. Jetzt sieht man, alle Spuren, wo irgendwie der Name Drum drin vorkommt, sind gelb gefärbt worden. Aber die sollen noch in eine Ordnerspur rein. Wie mache ich das? Ganz einfach, ich wähle jetzt mal hier um. Anstatt Transformieren möchte ich Auswahl. Das heißt, hier oben, jetzt geht es nur hier oben drum, Spuren, die die Drums, also den Namen Draw enthalten, die sollen ausgewählt werden. Gehe auf Übernehmen. Jetzt werden die angewählt. Und jetzt kann ich hier mit Rechtsklick draufgehen und kann sagen, Ausgewählt Spuren in einen neuen Ordner verschieben. Zack. Und schon ist meine Aufgabe mit dem projektbezogenen Logical Editor relativ schnell und einfach gelöst worden. Also hier kann man sehr, sehr viele Sachen machen, um vor allen Dingen sein Projekt dann am Ende der Komposition und des Arrangierens etwas zu ordnen. Viel Spaß beim Ausprobieren.